Der Markus hier von Camp Your Life. Heute wieder aus unserer Camp Your Life Küche. Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir ganz leckere, jetzt muss ich überlegen, Krita-Raki-Nudeln, griechische Hartweizen-Nudeln mit Blattspinat, Knoblauch und Schafskäse. Total lecker, ganz schnell und ich zeige euch jetzt wie. So, wir fangen jetzt mal an. Also, für die griechischen Krita-Raki-Nudeln, ich habe mir extra noch einen Spicker sogar hier hingelegt, weil der Name ist so zungenbrecherisch, brauchen wir Schafskäse, so einen ganzen Block. Natürlich ist er mir auseinandergebrochen, sollte nicht so sein, aber ist halt nun mal passiert. Knoblauch, ziemlich viel, sehr lecker. Olivenöl. Chiliflocken. Pfeffer. Und das war es jetzt erst mal. Und zwar kommt das Ganze jetzt in den Backofen. Ihr könnt es natürlich auch in der Pfanne machen, mit dem Deckel drauf oder auf dem Grill. Wir haben zum Beispiel so eine Grillpfanne für unseren Grill, da machen wir das im Sommer dann auch öfter drin. Einfach, dass der Knoblauch quasi im Öl mit dem Schafskäse ein bisschen kocht und weich wird. So, jetzt warten wir, ich schätze mal so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten. Es kommt auch immer drauf an, wie groß eure Knoblauchzehen sind. Und ich empfehle euch, also so machen wir das immer, frischen Knoblauch zu kaufen. Das schmeckt irgendwie, ich finde, intensiver anders als der getrocknete. Das, ja, nur noch mal so zur Empfehlung. So, ihr seht, es ist alles schön weich geworden, alles schön schmolzen im Backofen. Jetzt hätte ich fast den Handschuh ausgezogen und mich verbrannt. Jetzt einfach alles in eine Schüssel. Also ich mache es in eine Schüssel. Ihr könnt es auch in der Form oder in der Pfanne zerdrücken, aber ich mache es lieber in der Schüssel. Mir ist das lieber. So, dann einfach alles schön zerdrücken, den Knoblauch, alles schön quetschen. Jetzt geben wir unseren Blattspinat dazu. Heute habe ich Babyblattspinat, normalen habe ich nicht bekommen, ist aber völlig egal. Hauptsache Blattspinat ganz frisch. Und unsere Kretaki-Nudeln oben drauf. Und das Ganze jetzt schön vermengen. Jetzt geben wir noch ein bisschen von dem Nudelwasser dazu. Das ist auch noch mal ganz toll vom Geschmack. Das heißt, wenn ihr die Nudeln abschüttet, vorher noch ein bisschen Nudelwasser mal zur Seite. So, ihr habt gesehen, es ist absolut Widermarkt, gar kein Hexenwerk. Es schmeckt super lecker. Es ist schnell gemacht. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr Nudeln kocht. Ich wollte es persönlich nicht glauben. Aber mir ist es halt immer passiert, gerade im Wohnwagen, noch ärgerlicher, als wenn man in der Wohnung ist. Das Nudelwasser aufgestellt, die Nudeln rein. Man dreht sich um, man wird abgelenkt und das ganze Nudelwasser kocht über. Also ich weiß nicht, wie oft ich hier auf meinem Kocher das Wasser stehen hatte und geflucht habe. Dann bin ich hier rauf gestoßen. Und da war das Versprechen, nichts wird mehr überkochen. Ich wollte es nicht glauben, habe gesagt, na gut, ich probiere es mal aus. Also es ist jetzt auch keine Werbung für irgendwas. Es ist einfach nur, weil ich absolut überzeugt davon bin. Wir werden euch das auch noch mal oben einblenden oder ich weiß nicht, einblenden, generell unten einblenden. Ein kleines Video, ein Ausschnitt davon, dass da wirklich nichts überkocht. Und ich bin einfach nur begeistert. Also ich werde euch das auch unten verlinken nochmal, weil ich überhaupt absolut überzeugt davon bin. So, aber jetzt nochmal hierzu. Ihr seht, unsere Kiri-Taki-Nudeln mit Blattspinat, Schafskäse und Knoblauch sehen auch unheimlich lecker aus. Wir machen jetzt mal ein bisschen auf den Teller. Mein Mann schadet schon mit den Hufen und möchte wieder mal was davon abhaben. So, bitteschön. So, ich liebe den Mittwoch. Ich probiere mal. Als ob es nur am Mittwoch bei uns was Leckeres zu essen gibt. Nee, aber da muss ich nicht so viel meinen Hirn anstrengen. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich darf einfach probieren und darf genießen. Das ist schön. Was soll ich sagen? Mega, mega lecker. Ich liebe Knoblauch. Ich mag ja Leute geben, die es nicht so mögen. Aber wer Knoblauch mag und vor allen Dingen ist er ja auch sehr gesund, ist das der absolute Hammer. Also es ist ein sehr leichtes Essen, finde ich auch. Ja, ich will mich nicht verhasteln. Es ist einfach lecker. So, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus oder sagt mir, was ihr vielleicht an Gerichten habt, die so ähnlich sind. Was auch total super schnell und gut funktioniert. Ich verlinke euch das Rezept hier unten. Und auch, wie gesagt, nochmal unseren Überkochschutz, wie auch immer man es nennen mag. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann seht ihr euch nächsten Sonntag mit meinem Schnucki. Bis dann. Camp your life. Bis dann. Tschüss.